Jung, brutal, gut auf See dran, das Einzige was bleibt, nach dem Wasser kann ich los. So Leute, wir sind jetzt hier angekommen in Las Palmas, Gran Canaria. Es ist ja eine Insel, die bekannt ist, zum einen für die Hohen Homosexuellen und dann für viele Rentner. Also in der Kombination ist es eigentlich das perfekte Urlaubsziel für den Mok. Also Leute, wir haben jetzt hier ca. 18 Uhr, 18.05 Uhr haben wir und wir sind jetzt gerade auf dem Weg ins Fox Gym. Wir dürfen nicht aufgeben, Leute. Das ist auch eigentlich ein guter Anmachspruch für alle Jungs da draußen. Ihr trifft euch mit einem Mädchen, wollt ihr mitkommen beim Boxen zuschauen, zieht euch die Handschuhe an. Und dann macht ihr die Hunde Boxen und dann geht ihr zurück und sagt, ey guck mal, kannst kurz meine Eier kratzen, ich habe gerade Handschuhe. Ja! Ja! . 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